Es läuft wieder. Netzwerkverzögerung, okay? Okay, let's go. Warum? Boah, wie du weggeflogen bist, Alter, das war so Tränen aus. Ich werde dir nicht mehr deshalb beruhigen campen. So, mein Duden über die Brücke fahren, oder wie ist das hier? Klar. Irgendwann, da ist aber Clayton Nation in der Gast, da ist hier ein paar Stimmen. Ja. Ja. Unik, du all den, mach mal, geh, geh, geh. Pass auf, er flippt das K. Ja. Oh, okay. Ey, warte, warte, noch ein Event. Der mir schon mitnimmt. Gott, du mein Duden. Jetzt ist es ein UAE. Oh, okay. Oh, oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Aua! Aua! Haha, geht zu! Doch, hab ich ja schon noch. Doch! Alter! Okay, und wir fahren jetzt auch über die Brücke. Ja. Okay, unmöglich zwei Gewehrschwisse kaputt voran, ne? Ja, einen, würde ich sagen. Soll ich Köln und Reifen abschießen? Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Dann können wir uns. Ne, hintereinander. Wenn einer hochgeschüßt, wenn er auf den Boden geht, überfällt es nicht. Ja. Boah, was ein Glück, dass ich da nicht so nah ran stand. Ja, vielen, vielen Dank.